Hallo meine lieben Regnum-Freunde, ich habe mich jetzt auf Level 29 auch gelevelt und ja jetzt machen wir weiter hier in Let's Play Champions of Regnum. Wir sind schon weit, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen weiter, denn die Warzone ist gefährlich. Für einen Let's Player. So, wir müssen nach Hubstadt, da gehen wir hier durch, so ungefähr das kürzeste und ja heute Abend kommt ein Wunsch-Stream, da dürft ihr jetzt mal selber entscheiden, was ich denn genau live-streame und freut mich auf jeden Fall, dass so viele zugucken bei Regnum und Minecraft Wild auf dem Live-Stream. Ähm, die ersten paar Tage werde ich vielleicht einen Tag mal kurz auf Twitch streamen, da bin ich auch, trage Basler und verlinke es auch. Jo, schauen wir mal, hä? Zusammengeschrieben, glaube ich, weil ich jetzt gar nicht mehr, schon lange nicht mehr auf Twitch gewesen. Ja, ich will einfach mal versuchen, wie es auf Twitch ist, weil, ähm, äh, YouTube ein paar Verbindungsabbrüche manchmal hat, das ist nicht so gut. Und sowieso, es ist halt auch schwieriger, oder? Twitch ist viel einfacher. Da kann ich vielleicht sogar noch ein paar Leute mehr, ähm, bekommen. Weil, ja, die, die Let's Plays sind halt einfach alle abhängig, die ich mache, von ein paar Zuschauern, die auch etwas schreiben, und alles mögliche. Und, ähm, ja, wenn ihr halt, ja, wie soll ich sagen, wenn ich mehr habe, dann kann ich auch viel einfacher irgendwas interaktiv machen, oder? Ja, das ist nichts gegen euch, ihr dürft ruhig sein, ihr dürft, ähm, einfach nur nichts machen, nur zuschauen, oder sonst irgendwas, kein Problem. Ähm, ich habe mir überhaupt nicht um eine 180 Drehung gedreht. Das war das Spiel, komischerweise. Dann nehmen wir die grüne Quest an, hier. So. Oh, viel Geld. Dann nehmen wir seine gelbe Quest noch an, oder? Gut. Hm, da vorne ist noch einer. So, und dann die Quest hier noch. Gut. Hm. Ähm, geht in Richtung Mauerbrädie, Hauptstadt Kolosseum. Dann machen wir die zuerst. Ja. Ich habe ein bisschen ein Monster gelevelt, aber ich habe nichts bekommen. Ich habe hier einen Magiering bekommen. Aber, ja. Beim Beshi Magie bringt nicht so viel. Ich habe vor allem die Beschwörung, die Schaden macht, und die Wurzel. Aber nicht der Stab. Nutze ich mal nicht, hä. Ich brauche Defensive vor allem. Hm. Dann mit dem Raiden hier. Gut. Die Hälfte geschafft. Prima. Dann gehen wir nach Birka. Da müssen wir als nächstes hin. So, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Hm. Ja. Es geht relativ gut. Natürlich bis Level 38. Da fängt wieder dieses elende, lange Gefahr an. Ist nicht so gut, hä. Aber, ja. Das ist halt ein greimendes Spiel. Kann man nicht machen. Nichts machen, aber das Teule ist ja, die war so. Und dann hat es sich wirklich auch gelohnt. Jo. Ach, ist das schön hier. So dunkel ist. Das gefällt mir. Also der Schnee gefällt mir. Ja, außerordentlich hier in Isius. Bei Ignis war es ja im letzten, in der letzten Season richtig öde. Immer dieses in Orangen Sand. Bäh. Hässlich. Und dann, wenn wir über Level 38 sehen, können wir ganz locker raus. Und die anderen helfen. Heilen, buffen. Und so weiter. Dann werde ich jeden buffen. Heilen, ich will nicht nur dem Clan helfen. Mal schauen, wie sich dann die Leute so ein bisschen anstellen. Auf jeden Fall ist es ja mit dem Schützen recht nervig. Machen die Mitspieler einen Fehler, bin ich tot. Da kann ich überhaupt nichts. Ich möchte gerne am Leben bleiben. Aber ich kann nicht. Da haben da ein paar andere farbige Schriften da. Leute mit anderen farbigen Schriften. Probleme, dass ich am Leben bleibe. Das geht einfach nicht. Das ist schlimm. Na gut, aber man kann ja nichts machen. Es ist R4R, da stirbt man einfach. Und vor allem böse. Richtig nervig stirbt man. Das geht gar nicht. Oh, da ist wieder ein Höschen. Sephirenia. Hm. Ah, Sephrenia. Ich brauche einen größeren Bildschirm, dann kann ich es besser lesen. Eine Kiste. Wow. Muss ich hier eine Kiste holen. Und da ist auch noch einer. Wo ist der? Da oben, hä? Äh, Pferd ist zu fett. Hä? Wo ist der? Hinten. Irgendwie, Wingwood da hinten. Oder da drun. Ich weiß es nicht. Ich bin doch hier. Hier oben, sicher. Geh? Der Eis. Einfach falsch angezeigt. Ein bisschen. Na gut. Nächste Quest. Jetzt haben wir schon Level 31 mal. Gut. Läuft doch, oder? Wenn wir die Quest live. recht leicht und gut machen kann. Von gestaffelt. Dann bekommt man recht viel Erfahrung auf einmal. So, ich muss Beschwörungen. Ich muss. Irgendwas. Doch, die Beschwörungen hoch machen. Ja toll. Die Beschwörungen, die Zombies werden immer eins höher. Jetzt haben wir vier Zombies. Die sind viel besser als hier. Pro Level 2 Amps. Ja, ja. Also lasse ich das so. Mal hier eins höher. Akane Hingabe. Okay. Zusammen durch Schrotzix brauche ich nicht. Dann gucken wir mal. Hier haben wir noch einen zum Abgeben. Da oben, hä? Ja. Prima. Dann nach vorne eins abgeben. Ähm. Da oben. Drin geht's nicht. Ah, da. Es ist sehr ungenau, hä? Da oben, hä? Ja. Gut. Schön. Eventuell muss ich jetzt mal einkaufen. Aber. Es ist schwer einzukaufen, wenn man die Händler nicht findet. Hm. Ich gehe mal zuerst hier hinten hin. Da ist nämlich ein Schneider. Ich hoffe, das ist der richtige Schneider. Ich glaube aber eher nicht. Ja. Level 13. Level 20. Level 21. Level 19. Hut des Kräuters. Hut des Kräuters. Keiner. Gott. Turban. Große Turban. der Anweisung. Hm. Der da, hä? Ich muss mal kurz schauen. Da habe ich nur Intelligenz drauf, ja. Hm. Da einen. So, jetzt hör auf, du blöder Hals. Kratzt. Richtig. Unangenehm. Unangenehm. Das ist ja auch nur genau weiss einfach. Dann haben wir hier eine Larai-Tunica und 16 plus 2. Oh, das ist ja mega Verbesserung. Dann haben wir hier gestrickte Arm-Maschinen. Nehmen wir gleich mal mit. Und hier 84. Und hier 64 sogar nur. Hm. Gut. Haben wir da eingekauft. Damen tun immer so gut einkaufen. Hm. Ja, sehen wir hässlich aus. Jetzt will ich mal kurz schauen. Gut. Oh Gott. Habt ihr gesehen? Der Helm ist erst erschienen, als ich losgelaufen bin. So richtig langsam ist das Spiel. Ja, ja. Du blöder Sack. Komm hierhin. Gut. Ja, habt ihr das gesehen? Ich bin ab diesem Ding, ab dieser Kiste gesprungen und hab Schaden bekommen. So ein Scheiss. Also gehen wir kurz zu, ähm, Halu. Bekommen natürlich keine Hilfe, aber machen die Quests einfach bis dort. Zuerst müssen wir auf jeden Fall dort runter noch. Ja. Heute ist der Reisbertag. Das ist nicht so gut. Und meine Stimme ist auch irgendwie so tief. Hi. Jemand hat mich angeredet und sagte, ich hätte so eine harte Stimme, so eine tiefe Stimme. Dann hab ich ihm gesagt, ja momentan schon. Ich hab gar nicht so eine tiefe Stimme. Also es gibt in der Schweiz viel tiefere Stimmen. Und da ist mögliche... Wähl der Darkfang. Sehen die hier? Die sind nicht hier. Das ist eine andere Quest. Haluland. Haluland. Ah, das ist eine andere. Ja, ja. Haluland an für der Orks. Dankeschön. Schreiben wir ihn mal ein bisschen. Der denkt wahrscheinlich, es ist nicht mehr da. Das ist ein bisschen blöd gemacht mit der Clan-Liste. Der Servus, Mensch. Ist ein österreichischer, Tiroler oder so. Ich kenne einen von meinem Clan aus Diablo 3. Und das rechnet das gute Tiroler, aber ich verstehe ihn überhaupt nicht. Also die Deutschen würden es noch verstehen irgendwie. Vor allem die Bayern. Aber Tirolisch können die Schwarze fast nicht verstehen. Dann wieder zurück. Toll. Oh, come on, da hat er keinen hier. Hm. Nein, ich will den Ding ausmachen. Den Helm. Und das. Das sieht aus wie heiß nicht aus. Prima. Er sagt Prima. Ist doch gut, oder? Ich brauche aber bald Hilfe. So, nehmen wir mal die Zombies raus. Komm schon. 15. Damit es schneller geht. Hier meine Richtschreibung. Krass. 4. Ich bin im Kampf. Sorry, you go Frostbite. Aber ich bin im Kampf. Das ist wichtig. Das ist hier. Ah ja, das war ja der Anführer. Ich brauche noch Orgmorde. Hm. Da oben ist ein Schatz. Diese Beschwörung hat er einfach nur einen Gegner töten können. Also, blöse Trauge. So, bin oben dran. Aber ich mache jetzt kurz die Quest. Fertig. So. Ja, wer ist da drüben? Hm. Los. Dämon. Dämon. Und bleibt auch einige Zeit. Ist ja heftig. Ich hoffe, der Leech ist nicht genauso wie der Sterngolem. Das wird ja mega nerven. Okay. Das haben wir. Die Frage brauchen wir jetzt nicht anzuschauen. Lieber dieses Eventail aufmachen. Kurz schauen. Haben natürlich wieder viel bekommen. Ah. Sollte umskillen. Bin ja gleich wieder da. Und ich gehe mal kurz lieber nach Gorkstadt. Helu ist Helu Kopf. Ah, das ist so. So, ich gehe mal mit der Teufel. Was sollen wir jetzt hier machen? Ich weiss nicht wo Hello ist Hm Hello Der blöde Hello Jetzt kommt der oder was? Hm Tja, wo ist der Hello? Ich glaube der ist eher auf der anderen Seite Wir spawnen den mit dort Ja, da ist er Ist der? Ich geh mal auf die andere Seite Ja, ja, gehen wir unten durch Oh Ist der schon dort? Gut So Ein bisschen Schotsch mitnehmen Ja, du dummes Pferd Vielleicht ist er langsam hoch Also wo ist das? Dort unten Hm Hm So, machen wir mal das Was wir Ähm Komm Schwero So So Jetzt ist doch etwas Ehre Komm Beschwerdung Töten Kein Problem Dann geht doch alles ein bisschen schneller, hä? Können wir schön hier ein bisschen Nebenbei Die Quests machen Die Quests machen Er hat wahrscheinlich einen Schützen, hä? Einen Zwergenschützen Wie süß Oder war es ein Jäger? Nein, ein Schützen Ich denke nicht, dass er ein Jäger ohne Pad levelt Geht schon, aber Nicht gut Hm Okay So Jetzt muss ich schauen, wo der da ist Wo war jetzt schon wieder der? Das ist der Hexenmeister Der war irgendwie dort drüben, hä? Der war irgendwie dort drüben, hä? Ich weiß es gar nicht Ich weiß es nicht mal So Ich kann mal verkaufen Das wird mir plötzlich gleich voll Ah, das ist die gute Kiste, genau Toll Jetzt können wir alles wieder verkaufen So ein Schrott Hm Ich weiß nicht, wo der Elite möchte Ah, Beschwerde Da war ich noch nie, hä? Ist jetzt wirklich eingestellt, dass ich nicht Wusste, wo der ist Äh Ah Wir haben einfach nichts Neues, Richtiges Ich will einfach kurz Auf die richtige Taste drücken So So Manapool Yes Okay Dann machen wir mal Gesegnete Waffe Bärenstärke Ja Nein, oder? Segen Dann Geschicklichkeit, genau Hier nehmen wir Energiebarriere Hm, ja Brauchen wir nicht Mana Diligent Ja, brauchen wir auch nicht Energieleih Eergerzke Aufopferung Das nehmen wir Mana pool So Dann nehmen wir Selbstheilgebindenden Wiederbeleben Ja, aber nicht so gut Wiederbelebung So So Ich habe jetzt nicht halt Die gute Skillung genommen Aber Ich hoffe einfach Das geht Anständig So Selbstheilung mache ich hier Verbinden Heilung hier Verbinden Lücken hier Wiederaufweckung hier Wiederaufstehung Sollte eigentlich alles sein Dann können wir die noch runter holen Die für ihn sind So Hey ist das Nerv? Ich gehe immer So So Gut Ach komm jetzt Jetzt ist wieder die Treppe Irgendwie Buggy So Also Hier haben wir nichts mehr Gut Dann gehen wir direkt Dorthin Oh Oh haben wir das mit dem Ding Ja Egeiziger Aufopferung Ach ich schon Was Was I 63 AMG Das heißt es Hm Ich will mal kurz schauen Was die Items haben Ist die hier runter schon Oder weiter vor Hier Alles Machen wir mal Geschicklichkeit Hey ich kann nicht Jetzt Schön Oh Gott Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Hm ja Wollte ich ja aber eigentlich nicht Alles kann Wie ist das Nervig Hallo Jetzt hab ich plötzlich Plötzlich wieder keine Anvisiert Ich wisiere doch immer ihn an Das ist so ein nerviges Zwecks Hm Dann schauen wir mal hier Oh nein Nicht schon Der nicht Angreift Es ist schwer Okay Wir sehen uns Dann im nächsten Part wieder Ich mach direkt Wieder eine Aufnahme Und Ja Viel Spass Noch mit anderen Videos Und allerlei Ich hab genug Bis denn Tschüss